hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem kanal es ist so schön dass du dass ihr wieder zu mir gefunden habt mein name ist monika ganz herzlich willkommen meine lieben königinnen und könige der luft meine lieben vage geworden dies ist das kurzreding für euch im bereich des ruhmes das ist der neunte bagu bereich der dem feuer angehörig ist ja und ich habe mir gedacht meine lieben wer korrespondiert mit euch meine lieben vage geborenen das ist der hund genau den stelle ich auch noch mal zu euch meine lieben vage geborenen so glaube ich geht es oder sieht ihr das ja genau er korrespondiert in der chinesischen astrologie mit der vage in unserer westlichen astrologie so genau und im bereich des ruhmes habe ich zum beispiel ein zeugnis für eine einjährige phytotherapieausbildung erworben also ich war ein jahr lang habe ich die heilpflanzen studiert und das gesamte wissen ist hier drin und ich habe mir gedacht ich ziehe für jeden von euch sonnenzeichen eine karteikarte ja und wir schauen mal was ich da für eine pflanze oder gewürz oder oder zeigen mag meine lieben ich grusel hier mal und schau mal was mich da so gerade so anspricht das spricht mich an hier eine doppel doppelseite nein es gibt ja leinsamen und es gibt flohsamen und bei den stieren eben hatte ich den flohsamen ihr habt jetzt den lein leinsamen ja es ist was ähnliches das finde ich jetzt echt witzig hilft ebenfalls es ist unglaublich es ist unglaublich wirklich es ist fast dasselbe thema leinsamen setzt man auch ein bei verstopfung einerseits oder durchfall oder reizdarm oder wenn man ebenso abführmittel missbrauch schon hinter sich hat ja dann würde ich dann wirklich mal empfehlen auf leinsamen auszuweichen ist ebenfalls ein mutilaginosum sagt man ein heilmittel mit schleimstoffen und dieser schleim wenn man dann viel wasser trinkt quillt auf im darm ja und führt dann dazu dass der darm einfach nicht mehr krampft so wie beim reizdarm ja da krampft der darm weil er nicht genug wasser hat also deswegen ist bei reizdarm allgemein wichtig das trinken ja linum usitatissimum usitatissimum lateinisch linum heißt faser ein faser also faserstoffe sind da enthalten altertümlich handelt es sich hier um den flachs und der flachs ist einer der ältesten kulturpflanzen der welt übrigens ja genau wie beim flohsamen hat der lein oder der leinsamen viele schleimstoffe wie schon gesagt hat und zwar wirkt wirkt der leinsamen deshalb schleimhaut schützend stuhl regulierend und ist also ein aufquellmittel bei verstopfung und führt dadurch zu regelmäßigerem stuhlgang ja und beim thema stuhlgang ganz allgemein geht es ja auch ums loslassen können ja also wenn jemand mit starker verstopfung zu tun hat dann ist es auch auf der seelischen ebene zu beispiel das thema wie gut kann ich etwas loslassen ja oder was was ist es was ich schützen muss ja was ich bei mir behalten muss unbedingt ja genau also hier wenn man die vertikel am oder am darm hat dann hilft der leinsamen übrigens auch sehr gut reizdarm hatte ich schon gesagt und rein äußerlich kann man zum beispiel den leinsamen verwenden indem man also ihn mit wasser aufquellen lässt und dann auf die haut gibt zum beispiel bei der schuppenflechte hat eine sehr gute wirkung bei trockenen ausschlägen und sogar auch bei gürtelrose würde man eine auflage mit leinsamen machen aber man sollte den leinsamen nicht unbedingt länger als drei monate einsetzen es gibt alle möglichen produkte zum leinsamen da muss man nur zu dm gehen und dann findet man leinsamen genau es gibt ein paar kontraindikationen also gegen anzeigen wo man den leinsamen wo man da ein bisschen vorsichtig sein soll nämlich wenn es um stenosen also sprich verengungen im magendarmbereich gibt aber die das wisst ihr dann wenn das jemals durch eine untersuchung festgestellt wurde ja also macht euch da nicht zu viele sorgen genau an sich ist leinsamen und eben flohsamen eine wunderbare darmpflege ja und ich erwähne dann immer gern auch noch das gewürz kurkuma kurkuma ist ebenso wird ebenso schleimhaut schützend auf die schleimhäute im darm und überhaupt im gesamten verdauungskanal vom mund bis zum anus ja also wenn ihr damit kocht wunderbar könnt ihr wirklich gut vorbeugen vor irgendwelchen darmerkrankungen ja anscheinend geht es bei stier und waage gleichermaßen um das thema darm und darmpflege das ist ja spannend und ihr habt ja gesehen ja ihr habt ja gesehen wie viele karteikarten hier drin sind also und ich habe sie zielsicher habe ich die beiden rausgezogen naja soll so sein anscheinend ja jetzt hoffe ich dass ich euch etwas sinnvolles mit auf den weg geben konnte meine lieben waage und hunde geborenen und ja ich freue mich natürlich immer über den daumen hoch über ein abo und natürlich über kommentare und ich freue mich bis zum nächsten mal macht's gut und servus